Ja, hier auf der CeBIT ist auch das Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N. Wir haben einen 17,78 cm Touchscreen und Dual-Core Prozessor mit 1,2 GHz-Kern. Es ist momentan noch Android 2.3 drauf, wenn überhaupt 4.0 auch kommt, weiß ich jetzt nicht, aber ich rechne mal stark damit. Flash-Unterstützung, KSTPA Plus und WLAN-Endstandard und viele Apps mit dem Android Market. Hier haben wir das Gerät, gefordert Kamera haben wir hier auch, Backkamera, Flashlight und ja.